Ohne einen externen Mikrofon-Preamp werden deine Aufnahmen niemals professionell klingen. Stimmt das? Brauchst du wirklich einen separaten Mikrofon-Preamp wie diesen hier, damit deine Aufnahmen von Gesang, von Rap, Podcast, von akustischer Gitarre oder anderen Instrumenten endlich professioneller klingen? Die Antwort lautet grundsätzlich erstmal Nein. Zumindest wenn dein Audio-Interface schon einen oder mehrere Mic-Preamps eingebaut hat. Warum das so ist, wie du sofort, einfach und ohne großen Aufwand die Qualität deiner Aufnahmen verbessern kannst und warum es trotzdem gut sein kann, deinem Audio-Interface einen Mikrofon-Vorverstärker vorzuschalten, das erfährst du in diesem Video. Und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog meinem Kanal, in dem ich dir in über 600 Videos und unzähligen Tricks verrate, wie du deine Musik, deinen Gesang oder auch deinen Podcast noch besser klingen lassen kannst. Und falls du in Zukunft kein Video wie dieses hier mehr verpassen möchtest, dann klick doch am besten jetzt direkt hier unter dem Video auf den Abo-Knopf und vergiss daneben dann nicht bei der Benachrichtigungsglocke noch eben auf Alle zu klicken. Und falls ich dir mit diesem Video vielleicht helfen sollte oder zumindest ein bisschen Zeit oder sogar Geld sparen kann, dann gib mir doch gerne über den Mitgliedwerden-Button hier direkt unter dem Video mal einen kleinen Danke-Kaffee aus oder auch einen großen. Vielen Dank auf jeden Fall an dieser Stelle schon mal an alle Unterstützer aus der Recording-Blog-Familie, weil ihr seid nämlich die Besten. So sieht's nämlich aus. Und um es nochmal vorwegzunehmen, nein, ein externer Mic-Pre-Amp sorgt natürlich nicht automatisch für bessere Aufnahmen. Vielleicht für eine bessere Aufnahmequalität, aber auf jeden Fall nicht automatisch für bessere Aufnahmen. Und bei der Aufnahmequalität mache ich auch nochmal so ein charmantes Vielleicht dran, denn falsch angeschlossen zum Beispiel macht ein Mic-Pre-Amp den Sound auch nicht besser, sondern, ja, so ist es nämlich, schlechter. Egal wie gut oder wie teuer der Pre-Amp ist. Wie du deinen Mikrofon-Pre-Amp übrigens richtig anschließt und was du dabei beachten solltest, das verrate ich dir nächste Woche in einem weiteren Video. In diesem Video hier finden wir erstmal zusammen raus, ob ein externer Mic-Pre-Amp für dich jetzt eigentlich schon wichtig ist oder ob du vielleicht erstmal andere Dinge bei deinen Aufnahmen optimieren kannst, bevor ein zusätzliches Gerät dann auch wirklich einen spürbaren Qualitätsgewinn bringt. Erstmal gibt es nämlich eine ganze Menge weiche Faktoren, die die Qualität und damit dann auch den Sound von deinen Aufnahmen beeinflussen, und zwar positiv oder negativ. Und das Ganze dann auch noch unabhängig vom Pre-Amp. Weiche Faktoren, ich benutze diesen Begriff gerne, weil du dafür nämlich kein Geld ausgeben musst und sie als Grundlagen quasi für jede Art von Aufnahmen wichtig sind. Und dazu gehören der Raum, das gewissenhafte Einpegeln von deinem Mikrofon, korrekter Mikrofonabstand und Mikrofondisziplin, also das Einhalten des stabilen Abstandes zum Mikrofon, Popfilter nicht vergessen und das Allerwichtigste, natürlich die Performance vor dem Mikrofon muss stimmen. Machst du bei diesen Basics dann alles richtig, dann kannst du auch mit Equipment im Wert von 100 oder 200 Euro schon gute Aufnahmen machen. Aber mit anderen Worten, Chris-Lord-Alge, der Mischer von Green Day, der hätte Green Day auch mit SM57ern auf einem Porta-Studio wie diesem hier aufnehmen können, und zwar ordentlich aufnehmen können, weil er einfach vor dem Drücken des Aufnahmeknopfes schon so viel richtig gemacht hat. Also eher und Green Day natürlich, ist klar. Wenn du also bei der Aufnahme von Gesang, Rap oder auch für deinen Podcast in einem relativ nachhallfreien Raum bist, wahlweise wie ich hier zum Beispiel in einem Kleiderschrank stehst, wenn du ein Mikrofon mit Nierencharakteristik hast, wenn du nah, aber nicht zu nah am Mikrofon stehst und den Abstand dann auch stabil einhältst. Und wenn du dann noch das Mikrofon sauber und passend einpegelst, dann bekommst du automatisch erstmal eine ordentliche Aufnahme hin. Und wenn der Sänger oder Rapper oder auch wenn Sängerinnen oder Rapperinnen ihren Text dann gelernt oder geübt haben, oder wahlweise der Podcaster dann ohne ständige Schmatzer oder Ams einfach mal frei sprechen kann, dann wird es auch auf jeden Fall eine gute Aufnahme. Umgekehrt wirst du mit einem zu leise oder vielleicht noch schlimmer mit einem zu laut eingepegelten Mikrofon im leeren Büro und mit 50 Zentimeter Mikroabstand oder noch mehr keine halbwegs gute Aufnahme hinbekommen. Wenn die Person vor dem Mikro gut ist, dann stimmt zwar zumindest die Performance, aber über eine qualitativ gelungene Aufnahme brauchen wir uns dann nicht mehr unterhalten. Und du merkst es schon. Dann ist die Qualität oder das Preisschild des Preamps auch komplett egal. Die Aufnahme ist einfach misslungen und unbrauchbar. Es sei denn natürlich, das war genau der Sound, den du aufnehmen wolltest. Verstehst du? Ist ja klar, ne? Gehen wir als nächstes die Frage auf, warum du einen externen Mic-Preamp überhaupt brauchst. Weil du das irgendwo gelesen hast oder weil man das so macht oder vielleicht, weil die Pros das ja auch so machen, dann muss es ja auf jeden Fall gut und nicht schlecht sein. Hier kann ich dich aber erst mal beruhigen, denn die Mic-Pres, außer die Preamps, wie man so schön sagt, ich komme mal mit den Begriffen durcheinander. Also die Preamps aus deinem modernen Audiointerface, das du hast, die sind in der Regel alle geeignet, ein weitgehend unverfälschtes und sauberes Signal aufzunehmen, das dann auch den meisten Qualitätsansprüchen genügen sollte. Also zumindest solange du nicht das Gras wachsen hörst. Und falls der Preamp aus deinem Audiointerface bei höheren Gain-Einstellungen anfängt, unerwünschtes Rauschen hinzuzufügen, das machen die nämlich immer ganz gerne, wenn du so über drei Viertel des Regelweges hinauskommst, dann ist auch das fast egal, wenn du, wie heute üblich in DAWs mit, oder in modernen DAWs üblich mit 24 Bit oder sogar besser aufnimmst, dann dreh einfach den Gain wieder ein bisschen zurück, nimm einfach ein bisschen leiser auf und dann machst du die Aufnahme halt anschließend ohne Rauschprobleme in der DAW lauter, per Clip-Gaining. Warum das so ist und was genau dahinter steckt, das habe ich dir in diesem Video hier oben schon mal verraten. Da kannst du ja nach diesem Video mal kurz reingucken, falls dich das interessiert. Hat dein Mikro vielleicht aber trotzdem zu wenig Gain, dann kannst du für knapp 70 Euro auch einfach einen Mini-Aufholverstärker wie diesen Fathead hier zum Beispiel dazwischen schalten. Der legt ohne klangliche Nachteile mal ganz geschmeidig 15 bis 20 dB rauschfrei obendrauf und macht selbst aus einem klassisch ausgangsschwachen Shure SM7B wie diesem hier zum Beispiel ein echtes Output-Wunder. Da kannst du dich mal drauf verlassen. Wuppala, er fällt schon fast runter. Und wenn du es nicht so neutral magst, sondern vielleicht ein bisschen klangliche Färbung haben möchtest, dann gibt es ja immer noch den Fathead mit einer Prise Salz und Pfeffer oben drauf oder um genau zu sein, mit einem nicht ganz so klangneutralen, aber dafür umso griffiger klingenden Germanium-Transistor an Bord. Alle Links zum Equipment aus diesem Video findest du übrigens dann auch unten in der Videobeschreibung. Und wenn du mir da, wenn du da über die Affiliate-Links was kaufen oder bestellen solltest, dann unterstützt du den Recording-Block sogar, ohne dass es dich auch nur einen Pfennig extra kostet. Apopros klangliche Färbung, das ist tatsächlich ein echtes Argument für einen externen Mikrofon-Vorverstärker. Denn wie gesagt, klanglich weitgehend neutral kannst du ja mit den Preamps aus deinem Audio-Interface aufnehmen. Die nehmen halt genau das auf, was vorne reinkommt. Und wenn die Pros aber über den Sound eines Mikrofon-Preamps reden, dann meinen sie in der Regel natürlich nicht einen neutralen, unverfälschten Sound, sondern die meinen natürlich das, was Mike Priest dem neutralen Sound hinzufügen bei der Verstärkung. Man nennt das dann Sound oder Charakter. Rein technisch gesehen sind das aber nur zusätzliche Obertöne und Saturation. Also je nach Verstärkungsgrad kommen halt leichtere oder stärkere Verzerrungen nochmal hinzu. Und erst die, die machen dann wirklich Sound und bieten damit etwas, was ein neutraler Preamp aus dem Audio-Interface nicht kann, aber auch nicht können soll. Es sei denn, du hast ein Audio-Interface mit so einem Charakterschalter dran. Also wie bei Focusrite zum Beispiel, dieser R-Knopf oder bei den Volt-Interfaces von Universal Audio heißt das, ist das die 610er-Emulation oder Vintage, wie sie da heißt. Und bei SSL-Interfaces heißt das dann Legacy 4K. Da wird dann so ein 4000er-Kanalzug nachgebildet. Alle drei bilden dann das Obertonverhalten von diesen teuren Preamps so halbwegs gut nach. Quasi den Grundcharakter von so einem teuren Preamp. Damit gemeint ist eher so die durch die Schaltung und die verbauten Komponenten bedingte Obertonstruktur, die so grundsätzlich dann in den Sound mit reingeprägt wird. Das eigentliche Spiel mit dem Sound beginnt aber erst, wenn du an dem Preamp die Verstärkung und den Pegel vom Ausgang separat regeln kannst. Du kannst dann nämlich das Mikrofon auch heißer machen, also mehr verstärken, als es eigentlich nötig wäre und dann mit dem Output-Regler das eigentlich viel zu laute Signal wieder so anpassen und zurückregeln, dass es den Eingang von deinem Audio-Interface dann nicht übersteuert. So kannst du dann ganz gezielt einen heißeren und damit auch deutlich charakteristischen Sound aufnehmen, ohne dabei die Aufnahme zu übersteuern. Und dann liegt es eigentlich nur noch an deinem Geldbeutel, ob du vielleicht lieber den Röhrencharakter von einem Universal Audio 6176 haben willst oder ob du vielleicht lieber Neve-Sound bevorzugst, wie hier zum Beispiel in meinem BAE 1073 oder vergleichbare Preamps vielleicht von Warm Audio zum Beispiel. Die sind zudem auch noch günstiger und auch richtig bezahlbar und machen aber auch richtig Sound. Die sind also richtig weit weg von neutral. Falls dein Geldbeutel das nicht zulässt oder du dich vielleicht bei der Aufnahme nicht schon direkt auf einen Sound festlegen möchtest, dann kannst du das aber zum Beispiel auch nachträglich mit einem Preamp-Sound hinzufügen. Also du kannst den Preamp-Sound hinzufügen, entweder mit einem Saturation-Tool oder du kannst den Sound von einem Focusrite oder von einem SSL-Kanalzug über ein Plug-in machen. Die gibt es von Waves oder von Plug-in-Lines gibt es die. Oder du nimmst vielleicht hier so ein Neve 1073 wie diese klasse Nachbildung hier von Universal Audio. Und für die brauchst du seit neuestem Jahr noch nicht mal mehr die Audio-Interfaces von denen oder die DSPs kaufen. Und deswegen ist das vielleicht auch eine Geldbeutel-schonende Alternative. Quasi das Beste aus beiden Welten. neutraler Sound und auf der anderen Seite dann virtueller Charakter für deine Aufnahme später nach Wunsch oder auch eben nicht. Brauchst du also einen externen Mic-Pre für bessere Aufnahmen? Nein. Brauchst du einen externen Mic-Pre für den Sound der Pros? Nö, nicht unbedingt, denn das geht ja auch nachträglich mit Plug-ins. Möchtest du das Spiel mit dem Sound und dem Preamp-Charakter direkt einstellen und aufnehmen können? Dann ja, aber es bleibt dabei, es ist kein Must-Have für bessere Musik, denn die findet immer noch vor dem Mikrofon statt. Aber es ist auf jeden Fall ein absolutes Very Nice to Have. Das kann man sich mal gönnen. Wie sagen die Jugendlichen heutzutage, eine echte Gönnung. Das war ein langes Video, nur mit Gequatsche, aber manchmal muss man auch einfach mal über ein paar Dinge sprechen. Und wenn du auch noch was hinzufügen möchtest, dann schreib es doch gerne unten in die Kommentare. Und im nächsten Video zeige ich dir dann auch, wie du einen externen Mic-Pre-Amp richtig anschließen kannst und was ist dabei zu wissen und vor allem zu beachten gilt. Es ist kein Hexenwerk, aber auch das muss man mal gehört und verstanden haben. Das und mehr im nächsten Video und bis dahin wünsche ich dir vom Guten nur das Beste. Mach's gut und Yassu! Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020